Das Urteil von Franz Kafka Georg machte Grimassen, als glaube er das nicht. Der Vater nickte bloß die Wahrheit dessen, was er sagte, beteuert in Georgs Ecke hin. Wie hast du mich doch heute unterhalten, als du kamst und fragtest, ob du deinem Freund von der Verlobung schreiben sollst? Er weiß doch alles, dummer Junge, er weiß doch alles. Ich schrieb ihm doch, weil du vergessen hast, mir das Schreibzeug wegzunehmen. Darum kommt er schon seit Jahren nicht. Er weiß ja alles hundertmal besser als du selbst. Deine Briefe zerknüllt er ungelesen in der linken Hand, während er in der rechten meine Briefe zum Lesen sich vorhält. Seinen Arm schwang er vor Begeisterung über dem Kopf. Er weiß alles tausendmal besser, rief er. Zehntausendmal, sagte Georg, um den Vater zu verlachen, aber noch in seinem Munde bekam das Wort einen todernsten Klang. Seit Jahren passe ich schon auf, dass du mit dieser Frage kämest. Glaubst du, mich kümmert etwas anderes? Glaubst du, ich lese Zeitungen? Da! Und erwarf Georg ein Zeitungsblatt, das irgendwie mit ins Bett getragen worden war, zu. Eine alte Zeitung mit einem Georg schon ganz unbekannten Namen. Wie lange hast du gezögert, ehe du reif geworden bist? Die Mutter musste sterben. Sie konnte den Freudentag nicht erleben. Der Freund geht zugrunde in seinem Russland. Schon vor drei Jahren war er gelb zum Wegwerfen. Und ich? Du siehst ja, wie es mit mir steht. Dafür hast du doch Augen. Du hast mir also aufgelauert, rief Georg. Mitleidig, sagte der Vater nebenbei. Das wolltest du wahrscheinlich früher sagen. Jetzt passt es ja gar nicht mehr. Und lauter? Jetzt weißt du also, was es noch außer dir gab. Bisher wusstest du nur von dir. Ein unschuldiges Kind warst du ja eigentlich. Aber noch eigentlicher warst du ein teuflischer Mensch. Und darum wisse. Ich verurteile dich jetzt zum Tode des Ertrinkens. Georg fühlte sich aus dem Zimmer gejagt. Den Schlag, mit dem der Vater hinter ihm aufs Bett stürzte, trug er noch in den Ohren davon. Auf der Treppe, über deren Stufen er wie über eine schiefe Fläche eilte, überrumpelte er seine Bedienerin, die im Begriffe war, heraufzugehen, um die Wohnung nach der Nacht aufzuräumen. Jesus, rief sie und verdeckte mit der Schürze das Gesicht, aber er war schon davon. Aus dem Tor sprang er, über die Fahrbahn zum Wasser trieb es ihn. Schon hielt er das Geländer fest, wie ein Hungriger die Nahrung. Er schwang sich über, als der ausgezeichnete Turner, der er in seinen Jugendjahren zum Stolz seiner Eltern gewesen war. Noch hielt er sich mit schwächer werdenden Händen fest. Er spähte zwischen den Geländerstangen einen Auto-Omnibus, der mit Leichtigkeit seinen Fall übertönen würde, rief leise, »Liebe Eltern, ich habe euch doch immer geliebt« und ließ sich hinfallen. In diesem Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendlicher Verkehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017